Und damit Willkommen zu einem weiteren Part von Letzor, ne zu Sonic, Amateur Games Expo 2016, was soll ich gerade sagen, zu Sonic Round 7, schauen wir uns das an. Und zwar ist es ein Spiel, wo wir das beste letzte Spiel, so wie ich gelesen habe, wir schauen es uns einfach mal an. Okay. Äh, jetzt muss ich es mal, okay. So. Komm. Ma. Das ist unverarscht, mich hier. Mann. So, ich habe diese Verarschung. Komm, was kommt jetzt? Fuck. Okay. Okay. Und was jetzt? Okay, sehr erst einmal. Sonic got a Timestone. Okay. Wie geht es weiter? Ich bin ja echt mal gespannt. Weil, ich kenne das Game nicht. Aber ich habe davon Gutes gehört. Einen, den ich kenne, der hat sogar ein YouTuber, den ich schaue, der hat sogar ein Video dazu rausgebracht. Und tja. Und tja, deswegen dachte ich, ja. Bringt dazu doch auch mal was raus. Naja, ich habe es jetzt sowieso durchgemacht. Also, ja. Was? Was? Verarschen, ihr Junge. Und tja, wir haben es geschafft, Leute. Das war die zweite Space Stage. Na nice, läuft doch hier. Ich habe heute Bock, richtig viele von diesen Fangames durchzugehen und aufzunehmen, weil alles, es macht Bock. Ich habe schon 10 aufgenommen und es sind noch über 40 to go, aber der Spaß, ja, wird ja aufhören. Und natürlich das beste Spiel, was ich mir ausgesucht habe, das kommt natürlich erst zum Schluss. Weil, ich will das vielleicht für den Final aufheben. Ein ganz bestimmtes, ein Mann namens Crash for the Freak. Ete, nein. Weiß ja, könnte ich wahrscheinlich schon zusammenreihen, welches Spiel ich bis dahin aufheben will. Denn es kann nur ein ganz bestimmtes Game geben, was ich aufheben würde. Okay, das Spiel ist wirklich immer noch saugeil, ey. Okay. Okay. Jetzt macht Bock. So. Jetzt müssen wir zwei, die letzte UFO-Zustörung kommen. Okay. Highlighter teilt. Und geschafft. Das war der dritte Emerald. Na, nice. Es macht so viel Bock, ey. Es geht so gut. Habt ihr das schon gespielt? Und ja, falls ihr habt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und für alle, die jetzt, dass wir die gespielt haben und jetzt nur bei mir anschauen, oder schon gesehen haben, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich will echt mal wissen, was ihr von dem Game haltet. Oh, nice. Alter, das spricht nächstes Jahr auch, das Game. Ohne Scheiße, ich spreche nächstes Jahr Sonic 3D, Ficus Island. Ja, irgendwas? Ging da schon komisch, oder? Ich habe jetzt so viele Sonic-Spiele für nächstes Jahr angesagt. Wird das nächste Jahr Sonic-lassisch? Auf meinem Kanal? Joa, vielleicht. Naja, das... Oh, fuck. Das seht ihr ja dann, wenn es soweit ist. Ich meine, ihr müsst ja noch bis zum Video Zügeblätspläts und sitzen warten, bis ihr da mehr wisst, weil das ist das Video, wo solche Informationen wirklich rausgehen von meiner Seite. Ja, für alle, die noch nicht so auf meinem Kanal lange aktiv sind oder sollen die wissen. Ich mache meistens nie solche Videos, wo ich sage, jetzt kommt die neuen Projekte und so. Das wird alles zusammengefasst im Video Zügeblätspläts, was einmal rauskommt und das ist im Sinne am Anfang des Jahres. Also, am 4. Januar 2017 wäre es. Aber eins auf die Musik ist so gut. Ich mag Sonic 3DFX Island. Ich werde natürlich auch die PC-Fassung let's playen, weil... Ich habe die PC-Fassung, die funktioniert ja noch und die kann ich auch let's playen. Ich meine, ich habe eine virtuelle Maschine im Notfall, falls ich mal jetzt mein Windows 10 da in dem Bett machen will. Also, ich kann auch virtualisieren, das juckt mich nicht im geringsten. Ich würde zwar ein wenigstens mit dem Mittel greifen, aber... Wenn ich keine andere Waffe, dann nutze ich es. Ich meine, die virtuellen habe ich ohne Grund bei mir irgendwo. Die habe ich extra eingerichtet für Sachen, die ich gerne aussagern will oder... wo ich mal ein bisschen Seidnusschützung brauche. So. Jetzt mit ihr. Nein, Sonic, du bleibst. Nein! Sonic, rein mit dir. Ja! Mann, ich bin so gut! Schau dir doch mal mein Skill an! Meine Fresse, bin ich gut. Also, ich habe Skill ohne Ende. Komm, wir spielen das jetzt durch. Bis zum bitteren Ende. Ach ja, kleiner Funfact von meiner Seite. Ich wusste eigentlich, dass ich die ganze Zeit OBS-Studio auf Very Fast halte. Eigentlich kostet es bisher etwas mehr Leistung am Recht, aber trotzdem kann ich es gut halten. Selbst bei Sonic 3D Classic... Ne, bei Classic Sonic 3D Adventure ging es sehr gut. Was beweist, dass ich da noch ein bisschen was rausholen kann. Aus meiner Kiste, ja. Ich meine, Notebook ist auch nicht gleich schlecht. Also, wenn man ein Notebook besitzt... Das heißt nicht dann, dass ihr am Arsch seid. Oder ihr übelst wie es ihr habt. Wenn man die Hardware gut einsetzt, dann kann man richtig viel rausholen. Also, es geht auch nicht darum, was habt ihr für eine Hardware drin, sondern auch... Wie nutzt ihr die Hardware? Wie könnt ihr sie effizient benutzen? Um das Maximum auszureizen, was ihr drin habt. Ich kann mit meiner Nvidia ganz schön viel ausreizen. Deswegen kann ich manchmal richtig ein paar FPS aus Minecraft rauskitzeln. Ja. Komm, Sonic, los geht's. Jump and Run. Geschafft. Aber es wird die Mug ist so gut. Sonic 3D Flick ist eine... Ich mag das Spiel. Wer es dir weiß, in einer Funfact... Es gibt zwei Sonic 3Ds. Das eine Sonic 3D für den Mega Drive. Und das Sonic 3D Flick ist eine... Was noch 3D grafischer ist. Also, das ist die richtige 3D Grafik hoch 10. Und hat ein geiles Special Stage Prinzip. Also, ich mag das Special Stage Prinzip davon. Ich denke mal, es kommt dann eigentlich bekannt vor. Wow, die letzte. Ich weiß, noch ein Sonic CD. Das war so... War bei... Ich hab doch Sonic CD schon mal let's played, oder? Ja, das müsste ich schon gemacht haben. Ich meine im Sinne, dass ich es schon mal gemacht habe. Aber es war keine 100%-Fassung. Sondern nur eine normale Gameplay-Fassung von Sonic CD. Was ich gemacht habe. Gut. Da weiß ich wenigstens, was ich irgendwann nachreichen darf. Ein 100%. Und jetzt kommt eigentlich so... Äh... Chaos. Du bist total verrückt geworden. 100%? Ich hoffe, du... Du weißt, was du da... Was dich da einlässt. Ich weiß, warum ich einlasse, wenn ich 100% ansage. Dann muss ich mich auch dran halten. Ah, komm. Schau mal schon. Geschafft. Das war schon der letzte? Wow. Wie schnell das ging. Also für einen kleinen Zeitvertreib sehr gut. Sonic got it all. Doch. Kommt noch was, oder nicht? Das sehen wir jetzt gleich. Dann schauen wir mal, was passiert jetzt. Also, was jetzt auch kommt. Okay. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Hidden. Dann Treiben wir. Und jetzt arriben wir. ja haha take this bitch ich bin zu gut ich habe gerade mein skill und verweis gestellt mit 7 sekunden rest 7 wie sie im Chaos Emerald was kommt jetzt das ist mein Space Emerald nice das ist so geil wow oh da 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 ich bin zu gut das kann keiner außer mir man ich könnte jetzt echt sehen wie gut ich bin und so ne scheiße labern aber gut niemand ist besser ich weiß nicht was ich jetzt gerade von der scheiße singe da 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 meine meinung war jetzt bei den Gesang das Spiel ist der Hammer aber diese Wucke ich habe selber nie Space Harrier gespielt aber es klingt so gut thanks for playing ja es hat echt Spaß gemacht es zu spielen jetzt können wir sagen spielen wir wollen geil es macht zu viel Bock oh yeah oh ja komm weiter auf jeden Fall ich hoffe euch hat dieses Video gefallen also dieser Part mal gucken was das nächste Game wird der Sonic Amateur Games Expo ich habe auf jeden Fall auch eure Meinung dazu in die Kommentare zu diesem Game bis zum nächsten Video von der Sonic Amateur Games Expo 2016 bis dahin und ja Emerald Control Let's roll Bis zum nächsten Mal.